Sei gegrüßt! Ich zeige dir in diesem Quick-Tutorial, wie du deine Sprache in der Amazon-App ändern kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Los geht's! Du möchtest die Sprache in der Amazon-App ändern? Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Ist einmal die Sprache vertauscht, ist für viele nicht mehr ersichtlich, wie die Einstellung zu ändern ist. Wir starten zunächst die Amazon-App. Zur Information, der Vorgang ist für Android- und iOS-Nutzer identisch. Wir haben unten nun vier Symbole. Um die Sprache zu ändern, drücken wir auf das kleine Account-Symbol. Du bekommst nun oben rechts eine Landesflagge und zusätzlich die Abkürzung der derzeitig verwendeten Sprache. Klicke im nächsten Schritt auf die Landesflagge. Im folgenden Menü kannst du nun dein Land bzw. die Region, die Sprache und die Währung ändern. Wir drücken gemeinsam auf Sprache und dir werden im Anschluss alle verfügbaren Sprachen angezeigt. Wähle nun deine gewünschte Sprache aus, um diese zu ändern. Drücke am Ende auf Fertig, um den Vorgang zu speichern. Wenn du nun deine Amazon-App-Sprache erfolgreich ändern konntest, dann würden wir uns über ein wenig Unterstützung freuen. Like das Video und schreib uns einen lieben Kommentar. Abonnieren ist auch ein toller Support und kostet dich nichts. Danke und bis zum nächsten Mal, deine Test-Venture-Crew. Bis zum nächsten Mal, deine Test-Venture-Crew.